Hallo und willkommen im Tessin. Heute zeigen wir dir ein paar Eindrücke unserer Ferientage in Tenero. Wir hatten ein tolles Ferienhäuschen mit Terrasse und großzügigen Raumverhältnissen. Der Zeltplatz ist wirklich toll, gerade für Kinder ein Paradies. Alles ist sauber und gepflegt, die Sanitäranlagen einfach top. Die Hüpfburgen machen Spaß, sind aber nicht jeden Tag im Betrieb. Generell ist die Anlage sehr attraktiv, großzügig ausgelegt und zieht sich dem Strand entlang. Das Ambiente ist toll und überall gibt es etwas zu entdecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Familienferien sind hier ideal, egal ob zu Land oder zu Wasser. Das Tessin bietet viele Möglichkeiten an Tagesausflügen. Mehr zum Besuch findest du in der Videobeschreibung. Danke fürs Anschauen. Bitte abonniere doch unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Vitamina Betbuck Vitamina Jem JUDGE